Es ist verdammt warm draußen Nach 100.000 Jahren Na, ich weiß nicht, das war schon Die letzte Folge, wie lange ist die her? Seit 5 Tagen, 6 Tagen oder sowas Kann das durchaus schon sein Die soll planmäßig diese jetzt hier Heute Abend rauskommen, nämlich es ist Donnerstag Das heißt, ich habe die Hoffnung Dass es eventuell Klappt, denn wir haben im Moment Noch 4 Uhr und deswegen, ja Gut, also, weiter mit den letzten Folgen gemacht, das ist jetzt so lange her, dass Selbst mein Langzeitgedächtnis es nicht mehr schafft Dahinterher zu kommen, haben wir einen Exportraum Oder haben wir den entsorgt? Ne, der ist noch da Dem wollten wir ja noch Zeit geben oder sowas Das könnte scheinen Des Weiteren, als ich gerade Das Spiel gestartet habe, mal wieder hier oben Irgendwie jemand der Meinung war Da war ein Fähnchen, das heißt, wir haben noch mal Durchsucht hier oder lassen gerade noch durchsuchen Und da wurde auch schon wieder ein Verdacht auf einen Tunnel gefunden Naja, ist jetzt nicht ganz praktisch Gelegen, aber wir können ja Trotzdem mal durchsuchen, schaden tut das ja eigentlich Eigentlich ganz praktisch das so Seit zwei Tagen kam ja keine Folge mehr Weder Wobei im Moment noch ist Donnerstag Also seit einem Tag nicht, wenn ich das hier schaffe Richtzeitig fertig zu machen Es kam ja City Skylands bis Dienstag Und dann kam am Mittwoch nichts Und heute kam 13 Uhr auch nichts Um 19 Uhr kommt heute aber was, nämlich das hier Ich muss mir das jetzt hier einfach mal die ganze Zeit erzählen Damit ich die Hoffnung habe, dass Ich daran denke, das auf jeden Fall Fertig zu machen Selbst wenn ich gleich noch irgendwann weg muss Und dann wieder nach Hause komme Und dann sollte es aber eigentlich gerade so Zeitlich passen Egal Eigentlich ganz praktisch, dann kann ich hier mit Die ganzen Stream-Metschnitte mal raushauen Die sich hier so angesammelt haben Die ich jetzt im Moment noch habe Ich lade immer, wenn ich Stream-Metschnitte mache Immer bei zwei Stück mittlerweile Dann pro Tag hoch Sagen wir mal, man streamt Man streamt samstags Das heißt, sonntags kommen zwei Folgen Montags zwei Folgen Je nachdem, wie lange das streamen war Und, äh Ah, die bringt tatsächlich was weg Lackert Wood in Table Naja, oder auch nicht Ähm Das heißt, ich kenne jetzt erstmal die ganzen Dingsfolgen Rauch Wow Doch, ein bisschen was haben sie da hinten hingeschmissen Aber sie bringen jetzt normalerweise auch wieder das normale Holz dorthin Ja, stimmt Ich habe vergessen, den abzubauen Nicht doof Sorry Machen wir es auf die alte hergebrachte Art und Weise Das ist meiner Meinung nach irgendwie einfacher Hoffe ich zumindest, dass es das ist Und ihr tragt euren ganzen Müll jetzt mal eben wieder weg Jetzt müssen wir jetzt mal hier unten schon mal das Zeug verkaufen, was hier schon mal rumsteht So, auch das, was er einfach in der Hand hat Das ist jetzt ein Problem Zack Und das war es eigentlich, ne Das hier vielleicht noch Ja Ein bisschen Geld haben wir natürlich Jopala Ist auf jeden Fall schon mal gekriegt Und die hier bringen jetzt einfach mal den ganzen Holzmüll wieder dahin Wo es der praktischsten ist Nämlich in die Werkstatt Wir können jetzt eigentlich in aller Seelen Ruhe hier hinten mal eben Nein Nicht demontieren Diese Werkstatt zu müssen wir schon mal wieder leer machen Und das summelt sich ja schon noch was an, nicht So Ist das auch wieder weg Das ist da kein Weg Dann lassen wir ja wegschmeißen Ich wäre ihm dann da Naja Okay So Haben wir hier unten eigentlich noch irgendwo Metallplatten unten Ja Gut Enmast sozusagen Naja Was will man machen Die sammeln sich ja dummerweise aus irgendwelchen Gründen immer noch an Ist halt so 90 Erze sitzen da rum Ein bisschen was ist am Bluten Oder war am Bluten Ich hoffe mal mit Betonung nicht auch war Das macht ihr nichts Jetzt können wir mal kurz Pause drücken Und gucken was sich hier so an Aber ich hatte nicht hier so ein bisschen Holz mit erwische Macht das nichts Wir haben ja so viel Wald hier quasi gepflanzt Sind die waldreichste Region in diesem Spiel Naja Vermutlich gibt's größeres aber Dennoch Ich finde für unseren klitzekleinen Knast hier im Moment Mit knapp 500 Gefangenen Möglichen Gefangenen Ist das doch eigentlich schon relativ groß Jetzt haben wir auf einmal 89.000 Dollar Das ist nicht schlicht Damit können wir vielleicht was anfangen Die Frage ist halt nur Was Letztes Mal hatten wir den Todestrack gebaut Ich weiss ich weiss ich weiss Wir müssen mal kurz unter Einlieferung eigentlich nachgucken Sind so eine Vorteile Da sind leider immer noch Keine verfügbar Ja gut Schlecht Passiert 30 normale Insassen sollen morgen schon wieder kommen Die passen ohne Probleme rein Das ist schön Eigentlich können wir uns morgen 50 geben Wir machen das jetzt einfach mal Wer braucht denn bitte hier 30 Wir machen direkt 50 Dann sollte das eigentlich kein Problem sein Dann kriegen wir nämlich hier endlich mal unseren normalen Gefahrenstufentrakt Voll Den hatten wir ja schon wieder erweitert hier unten hin Ich erinnere mich grob Jetzt müssen wir kurz zählen 20, 40, 60, 80, 80 Neue Gefangene können dann trotzdem immer noch rein Sobald wir den hier unten fertig ausgebaut haben Also irgendwie passen diesen Knast verdammt viele Leute rein Ich versuche mal hinzukriegen, dass wir 1000 Gefangene hinkriegen Wenn wir davor stehen sollten Machen wir mal dazu ein Streamchen Wo wir ausnahmsweise auch in dieser Welt hier spielen Hochgefahrenstufe haben 85 von 100 Ja gut Das könnte jetzt echt mal langsam ein Problem werden Weil die sind so langsam war sicher voll Das heißt wir müssten hier unten dringend anbauen Nur fehlen uns für so einen großen Anbau glaube ich die finanziellen Mittel Oh, da habe ich was übersehen So Aber macht ja eigentlich im Großen und Ganzen nicht so viel Weil das ja noch ein bisschen Platz ist 15 Leute passen noch in den Hochsicherheitsbereich Sollte ja reichen So Könnte jetzt mal bitte Tag werden Ich will wissen wie die hier ausrasten Ne besser nicht 50 Gefangene Alter Vater Dann können wir nämlich erstmal gleich 10 Minuten hier hinsetzen Und gucken Was hat der dabei Was hat der dabei Aber das müssen wir ja machen Das ist unsere Unsere Kontrolle sozusagen In der Hoffnung Dass ich auch jeden einzelnen Gefangene tatsächlich erwische Hier wohl was gefunden worden sei Ich glaube nicht Was ist mit dir Du Chris Wir verhalten okay 10 in Einzelhaft Also 16 sollen in Einzelhaft 10 sind eingesperrt Und 6 benötigen einen Arzt Das heißt aber die meisten benötigen einen Arzt hier oben Oder Die dürfen im Moment noch nicht raus Weil hier sind im Moment die Ärzte drin Die Ärzte Nein hier ist im Moment ein Arzt drin Wenn also hier ein Hochsicherheitstrakt Irgendwas passieren sollte Dann könnte der zumindest schon mal eingreifen Das ist mit dem Wie lange musst du noch da drin sitzen Ja Der beispielsweise müsste mal Vielleicht behandeln Ich schicke jetzt einfach mal den Arzt dahin Also Weil sonst Ich weiß nicht Wie schnell die morgen Wann haben die morgen Freizeit Ja gut Nach duschen und nach essen Dann würden die ja vielleicht eventuell selber da hingehen Aber da bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher Ob sie sich die Zeit dafür nehmen Oder nicht So Halt immer eben 6 Leute benötigen immer noch einen Arzt Oh der hat schon die nächsten entdeckt Das ist aber schön Haben sie die Arrange mal ein bisschen größer gemacht Zufällig Aber ich glaube nicht Ich glaube es gab kein nennenswertes Update seit ein paar Tagen Wir erwarten kein nennenswertes Update Aber Zumindest gab es auch wirklich einen So jetzt haben wir hier Ach da steht der Arzt schon seit zwei Wochen vor Da musst du da auch nicht hin Das tut mir wahnsinnig leid Dass ich dich hier gerade so ein bisschen fehlinformiert habe Du gehst jetzt wieder irgendwo ins Nirgendwo Du kannst den nochmal eben wiederholen Und dann Solltest den Leuten hier Solltest du aber sicher mal besser gehen Ähm Der ist dann hier noch so verletzt Hier unten eigentlich keiner ne Das müssten nur noch zwei im normalen Trakt sein Oder zwei in den Isolationszellen Hatten wir nicht eigentlich die Isolationszellen hier Als auch hatten wir nicht Ähm ja Denn die haben ja hier einen eigenen Hochsicherheitstrakt Also warum sollten wir den Ähm In irgendeiner Form Ähm Die da hinten rüber lassen Wenn die da scheiße bauen Dann besser nicht Gut Wir haben 6 Uhr morgens um 7 Uhr ist aufstehen Und um 8 Uhr kommen neue Gefangenen Ja gut Das heißt im Endeffekt Das wird voll Wobei wir eigentlich sagen könnten Hier unten müsste mal Ähm Auch mal so Und wieder so eine Tür rein Genau so wie da und da Äh Damit wir hinterher unseren Trakt ein bisschen größer machen können Wieder mal Wieder mal expandieren Zu sägendes Zeug haben wir hier sowieso noch im Moment En masse sozusagen Warum rechnen Achso doch kann ich doch wegwerfen Meine Güte Wenigstens eine Werkstatt frei haben Von dem Zeug Das sammelt sich ja echt Äh An Weiß der Teufel wo 50 neue Insassen Go for it Give it to me I need them Fast Ähm Ich hab übrigens Mal so geplant Ähm Dass wir mittlerweile mittwochs und samstags streamen Sozusagen Wobei dieses Äh In dem Kanal Beine eingefügte Was ich da so reingekritzelt hab Mit meinen Master of Photoshop Skills Äh Eingefügte Ähm Streams immer mittwochs und samstags Eigentlich müsste ich schreiben Oder Mittwochs oder samstags Aber das wäre auch nicht richtig Denn manchmal kann es auch sein Dass beiden Tagen streamt wird Und das wäre dann Äh Auch wieder falsch Also Ich hab keine sinnvolle Formulierung Dafür gefunden Weshalb Äh Ich einfach sage Es kann Mittwochs und Kann samstags Ein Stream kommen Aber das wollte ich so nicht aufschreiben Das klingt doof Ja Gut Schlimme Probleme hier Man merkt schon Diesen Samstag gibt es ebenfalls Das kann ich zumindest jetzt schon mal Im Äh Schon mal wissen Ach du wolltest da wieder gar nicht rein Ähm Gibt es keinen Stream Dafür nächsten Mittwoch Und nächsten Samstag So Soweit die Planung Soweit die Umsetzung Diese Woche Oh Mein Fehler Ich dachte gerade Das wären kurz Bäumchen Aber leider war es nicht Komm So Ab jetzt können wir zumindest die Lampen wieder deleten Delete mal So Das kann weg Und Das kann weg Damit können wir die Türen eigentlich schon Wieder auf offen stellen Und denen schon mal für den Tag Eine Arbeit geben Sozusagen Damit sie sich wenigstens damit beschäftigen Den Tunnel dort Der nicht Hoffentlich nicht vorhanden ist Darunter hatte ich die Wasserleitung Ungefähr Ja Ja gut Ich glaube da wird nichts Äh Wird nichts Großartiges sein Meine Güte So Bin übrigens begeistert gewesen Wie Komisch Unfassbar gut Dieses eine Video Dieses 10 10 Dinge Video 10 Fakten Ja 10 Fakten Video Oder wie auch immer man das nennen möchte Über City Skylines Angekommen ist Bei euch Bei euch Denn das Ding hat ja schon Über 100 Aufruf Oder sogar 130 glaube ich Heute Hätte ich nicht gedacht Hätte eigentlich gedacht Dass es irgendwer anders Schon mal gemacht hätte Oder so Aber Ne Und jetzt kommen wir hier unten Wieder in unseren Chaos Trakt Oder beziehungsweise Hier hinten sitzt ja unser Chaos Trakt Das ist das Gefahren Level Explodiert wieder mal Aber in der Hoffnung Dass sich das relativ gering hält Was ist hier gewesen Spiel Ruckel 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 Hinterher Ja Ich glaube nicht Dass dort was sein wird Wir haben hier diese Zu Tode verurteilten Zellen Zumindest Nein die Zellen sind nicht Zum Tode verurteilt Das meinte ich jetzt eigentlich Nicht damit Warum hat der eigentlich Weniger Auslastung als der Sorry die doofe Frage Aber warum ist das so Achso Weil der da hinten durch geht Und dann Achso Weil ich doof war Heißt das Ja du darfst da durch Ist in Ordnung Bamm Tür zu Also auf maximaler Geschwindigkeit Ruckelt das Tier Aber echt wie Sau Wenn ich jetzt hier mal So eine Tür aufmache Hat man es ja gerade gesehen Jetzt machen wir Dritte Geschwindigkeit Jetzt guckt euch mal Die Türen an Tick 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 Nicht so viel Ruckel Spiel lieber arbeiten Nein Deswegen spielen wir halt Auf einfacher Geschwindigkeit Nehmen wir so ein bisschen Das Tempo da raus Aber macht ja eigentlich nichts Das Gefahrenlevel Hält sich eigentlich Relativ in Grenzen Fällt mir gerade so auf Weil irgendwie Explodiert das nicht Das hat nicht mal zwei Zwei Zu Fall Das hat eigentlich nur Ein Dass du gut wandelst Werden trotzdem Steigt das Gefahren Der wird natürlich Die ganze Zeit Kontinuierlich weiter Aber allerdings wird Das Bedürfnis nach Essen Und so weiter Ja gleich befriedigt Das sollte dann Kein Problem mehr sein Haben wir hier unten Eigentlich die Essensverteilung Richtig eingestellt Ja haben wir Okay Sehr gut Wie gesagt So ganz fertig Sind wir mit Natürlich noch nicht Es wird auch noch Ein kurzes Stückchen dauern 25.000 Dollar Für die Von gefangenen Ach du Scheiße Wir brauchen glaube ich 90.000 mehr Besucherräume Und 90.000 sonst was Der hier sah gerade echt aus Wie so ein Wie so ein Gefangener Der Hochsicherheitsstufe I'm sorry Aber war so So ein paar Leute hier Wollen offenbar Nicht ganz durchkommen Das tut mir wahnsinnig leid Die baggen sich da oben Dann halt fest Ich kann es nicht ein Ist halt so Wenn sie nicht ein wollen Wollen sie nicht ein Oder wenn sie nicht ein können Kann ich gerade schlecht einschätzen Im Moment ist dieses Tor Sowieso so ein bisschen sinnlos Finde ich Wir müssten es eigentlich mal Umformen Indem wir sozusagen sagen Wir demontieren das Mal kurz Und wir demontieren das Tor Hier unten dann natürlich auch Weil wir das ja symmetrisch halten wollen Und schieben das mal ein paar Meter weiter hoch So hier auf die Höhe oder so Damit das Bisschen besser funktioniert So die Mengen an Besuchern Ach wir haben hier auch gar keine Ups Wir haben hier noch gar keine Gefängnistüren geklatscht Das was ich eigentlich dahin klatschen wollte Das ist jetzt aber nicht mein Problem So die Besucher rennen da so ein bisschen durch 60.000 Dollar haben wir Durch die Einlieferung von den so vielen Gefangenen Ja wieder erreicht Was das Ganze so ein bisschen einfacher macht Die hier stellen fest Dass sie eine Tür gebaut haben Wo sie selber nicht durchkommen Das ist doof So ranzoomen wollte ich eigentlich nicht Nur hat sich leider ergeben Baut ihr denn an der Stelle eigentlich auch Ja baut ihr Ich habe das Gefühl es ruckelt immer mehr Ich will es ja nicht sagen Aber Tu das nicht Spiel Tu das nicht Gut der Knast ist natürlich auch entsprechend groß Je weiter wir rauszoomen desto rucke Liga Können Dubstep Song raus machen Aus diesen Bildern hier Mal ranzoomen Und so Möglichst wenig Bilddateien laden Alter was zum Teufel Naja Ich hoffe mal Das legt sich in Zukunft So Du hast das Zeug da vorne gleich demontiert Da wäre ich dir zumindest dankbar für wenn du es geschafft hättest in wenigen Sekunden Dann können nämlich die zwei Besucherchen auch noch durch Freut ein paar Gefangene mehr So Das da kann auch weg Das kann auch weg Mach mal hin Und wir klatschen das ganze Ding dann dahin und dahin Genauso wie wir es Einmal dahin und einmal dahin klatschen Und dann Setzen wir hier wieder das Straßentor hin Den Servomotor müssen wir natürlich auch nochmal umsetzen dann Anders geht es ja nicht Da auch Die Stromleitung hier können wir dann so ein kleines Stückchen wieder wegreißen Das macht ja eigentlich nichts Dann wieder ein Stückchen dahin setzen Und so ein Servomotor Nein das ist eigentlich nicht das was ich suchte Ach das muss erst eine Tür für hin oder was Ja vermutlich Also wir müssen mal kurz warten bis wir das Zeug gebaut haben Dann können wir oben allerdings trotzdem schon mal die Verkabelung wieder abreißen Und da hinsetzen Da hinsetzen So Meine Güte Es will nicht Es will nicht Es will nicht Es will nicht Ich habe übrigens beschlossen Wenn ich mir so Die Statistiken Eingucke Was ich hier ab und zu mal tue So 1, 2, 3, 4, 5 Millionen mal im Monat Ne eigentlich nur 2 mal im Monat oder sowas Je nachdem wie es sich ergibt Oder wenn ich mal Lust habe da drauf zu gucken Und dann sehe ich eigentlich Dass ich dieser Trend der auf YouTube existiert Mal kürzere Videos zu machen Alter die Leute haben echt Die Leute haben echt Frame-Jobs Ähm immer kürzere Videos zu machen Und damit sozusagen Ähm Ja Keiner hat mehr Zeit sich großartig lang was anzugucken Entsprechend werden kürzere Videos mehr geschaut und so weiter und so fort Ist mir aber eigentlich auch relativ egal Denn wir machen weiter wie bisher Ich habe nicht beschlossen hier irgendwie die Videos kürzer zu machen Nur weil das irgendwie jetzt momentan so im Trend zu sein scheint Was heißt im Trend? Das ist leider so eine Entwicklung Dass es kein Mensch mehr Zeit hat und sich irgendwas langes anzugucken Ähm Vielleicht auch ein Grund warum dieses 10 Fakten Video so mehr gesehen wird Von Also eines der Videos ist die sehr sehr viel gesehen wurden An meinem Kanal Denn ähm Es ist relativ kurz mit 5 Minuten Und es ist irgend so ein Fakten Video Das funktioniert eigentlich im generellen Fall sehr gut Wenn sich irgendwann die Möglichkeit dazu bietet Oder so eine Option dazu bietet Ähm mache ich das natürlich wieder Und zwar so lange wie ich möchte Und nicht wie irgendwer anders mir das vorschreibt Oder wie irgendeine Statistik mir das sagt Sondern irgendwie so wie äh Ich der Meinung bin dass das passt So Feierabend Also ich habe jetzt nicht irgendwie großartig vor mich daran anzupassen Höh 100% Äh mehr Klicks Und was weiß ich nicht was Ist mir doch scheißegal Sorry Aber ähm Ist es Weil Klar freue ich mich darüber wenn sich das hier anguckt Natürlich investiere ich Zeit und Arbeit da rein Und äh Würden Freue mich dann entsprechend auch darüber Wenn sich hier jemand äh Die Videos anschaut Allerdings Ich sehe entlassen Ja Ähm Allerdings Ja Oh Naja das ist schon wieder dieser Besucher Nein Ähm Allerdings Ne Habe ich keinen Bock aus irgendeiner Art und Weise mich anzupassen Oder den Die Videos die ich mache anzupassen Oder den Kanal anzupassen Oder sonst was Ich möchte eigentlich so weitermachen wie bisher Im besten Fall irgendwie noch ähm Ähm Was weiß ich Diesen Standardseiz sagen wie Qualität steigern wenn es da Defizite gibt Und das war es eigentlich Weil ich hab nicht vor ähm Irgendwie nur weil eine Statistik mir sagt Oh wenn du das und das machst Oh wenn du das und das machst guck das meine Leute Und ich mach das was ich möchte So zickig das klingt Ich lass mich da von keinem belehrt Weil ich das nicht möchte Punkt Kann man ja auch mal klarstellen Ja So Achte Zellen Die Türen sind automatisch offen Auch schön Wo bleiben denn eigentlich unsere Gefangenen seit 11 Uhr Und die stehen immer noch im Stau Und die Mutter da oben Hat irgendwie nicht so den großen Ansporn Sich zu bewegen So die Box kommt nach Storage Das ist schon mal schön Hier steht wieder alles Da fehlt gleich nur noch so ein bisschen Ähm So ein wenig Pflaster Das wollte ich sagen Ich hab's vergessen Doof bleiben werde ich auch immer Was solche Wörter angeht Warum haben wir denn hier eigentlich So einen reingeschmissen In den Hochsicherzakt Weil er sich geploppt hat Werte ich nicht Was hat er denn jetzt für eine Bewertung 5 Aber 18% Ja gut Dann nicht Weil wie gesagt Ich will ja mal den Hochsicherzakt Wieder so ein bisschen mehrer kriegen Leider Wird das im Moment leider Nicht so leicht Man müsste so einstellen können Dass er direkt auf den Bewertungsboden geht Das macht das ganz einfacher 16% 97% 9% Aber bei den Sicherheitsstufe 2 Das kannst du vergessen 1 auch nicht 1 auch nicht Du hast 5 Aber 41% Durchfälligkeitsrate Also wie gesagt Das sind ja die Kriterien Die ich mal einfach so festgelegt habe Entsprechend Kommt keiner da hinten In den normalen Knastrakt wieder rüber Wenn er diese Kriterien nicht erfüllt Hier unten bauen wir jetzt ja gerade Quasi diesen Wunderschönen Ach so tollen Neuen Knastrakt dazu Damit wir endlich Mal wieder mehr Gefangene aufnehmen können Wir hatten ja so lange keine mehr Ich habe so das Gefühl Zwar je mehr Gefangene Desto mehr muss das Spielchen hier rechnen Und desto mehr verlangt es ab Und desto weniger klopft das Ganze Denn je kleiner der Knast ist Desto flüssiger läuft das Natürlich aus irgendwelchen Ja was heißt aus irgendwelchen Gründen Ist ja logisch Die ganzen Kleinigkeiten hier Müssen nicht gerechnet werden Nicht so viele Leute Die ganzen Routen müssen nicht berechnet werden Für die ganzen Die ganze Menge an Menschen sozusagen Deswegen ist es natürlich Ein bisschen praktischer Wenn Ja Der Knast Ein bisschen kleiner ist Allerdings Machen wir noch ein bisschen weiter Hierbei Wie gesagt die 1000 Gefangene Ob wir die erreichen Wir haben nicht mal die Hälfte gerade drin Wenn die Lieferung angekommen wäre Hätten wir jetzt die Hälfte drin Aber Wenn er so die ganze Zeit Furchtbar ruckelt Oder noch schlimmer wird Dann Müssen wir uns das mal überlegen Mit den 1000 Gefangenen Wie gesagt Also da Können wir auch gerne Dann wieder noch Einen neuen Knast anfangen Machen wir Staffel 3 Keine Pause zwischen Staffel 3 dann direkt dahinter Die Staffeln sind ja nur so geordnet Wie wir halt eben Jedes Mal einen neuen Knast anfangen Sozusagen Cute Sehr gut So ihr baut da unten Gerade Brav fleißig weiter Und ich stelle fest Dass wir 20 Minuten Voll haben Was daran liegt Dass ich da jetzt gerade drauf achte Wenn mir das eine Statistik gesagt hat Ne Sondern weil Meine persönliche Im Kopf Statistik mir sagt Dass das hier so und so lange Fürs Rennen braucht Und so und so lange Fürs Hochladen Und wenn ich erreichen möchte Dass das heute noch hochkommt Und freigeschaltet wird Dann müsste ich das jetzt mal So langsam beenden Deswegen Ruckelt der Hausmeister Dann noch so ein bisschen durchs Bild Vielen Dank Fürs Zuschauen Morgen kriegen wir die 50 Gefangenen Lieferungen Die noch nicht ganz angekommen ist heute Und dann Passt das Haut rein Vielen Dank fürs Zuschauen Und Macht's gut Ciao Ciao